Ich komm nicht aufs Dach, ein Glasser. Geil, keine Gäste. Ja, Mann. Junge, was würdet ihr mich totschlagen, Mann? Wollt ich hasse so Leute, Alter. Oh, das geht gut. Boah, witzig, Alter, ja. Ich stirb. Ich bin erst mal nötig. Na, ich ja auch weh. Super. Ja. Ach, die waren da noch nicht gleich rein. Häh. Häh. So, nicht gesprungen. Häh. 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 Häh, ich esse dich. Ah, den roten Dumm hab ich jetzt aber auch gesehen. Ich weiß zwar nicht, warum der da war, aber... vielleicht, wenn du auf einem Gegner drauf bist. Nee. Ich hab einfach irgendwo wenngeschossen. Warte. 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 Das ist so ein ganz leicht roter Punkt. Warte. Warte. Warte, die genau ist die Stelle so. Okay, gehen wir ein bisschen Pistolenmonie. Mal sehen, ob der Revolver da so geil ist irgendwie. Pistolenmonie? Keiner? Ich? Äh, so. Das wäre ein Gegner in dem kleinen Haus, ey. Was machen die? Keiner hat einen Hit. Ey, die werden noch von der anderen Seite eingeschoben. Hab den hier. Chill doch mal dein Leben, Alter. Okay, von dem da eben, das war keine Ahnung. Irgendwie kommt mir da jetzt noch gar nichts irgendwie so bekannt vor. Ne. Ey. So. Ja. Ist ja noch ein bisschen, also noch Mini-Shieldies würde ich sagen. Ja, aber haben die nicht gesagt, dass wir eigentlich übelst einen Rückstoß haben? Hier liegt noch eine gesinselte Pistole, falls ihr eine haben will. Boah. Ach ja. Also eigentlich ist runtergepufft. Naja. Okay. Ist ja krass. Die Bäume geben auch weniger Holz, ne? Oha, der trifft ja alles, Alter. Digga, der hat ja alles getroffen. Hab ich ja meine Renate wieder weggetan. Ja, der hat ja alles getroffen. Oha, Alter. Ja, rechts beim Baum. Bei dem fetten Baum. Hat nicht, hat nicht. Ey, dein Neu-Modus ist gar nicht so scheiße, ne? Komm, Luisau, enttäusch mich nicht. Ja, ja. 53er Headshot, ernsthaft? Oha. Oha. Der ist nur genau... ...das ist ein Team, ey. ...und macht ihn nur 53 Headshot-Schaden. Brauchen wir einen. Brauchen wir einen. Hui. Ja, wurde gesnaped. Ja, ja, das kam von Südwesten. Ich hab noch Verbände. Äh, ich hab noch Verbände. Okay, gut. ja ja ich will erstmal da kenne ich irgendwo ein Medikid ok mein Controller ist einfach aufgesangt ja Junge ich habe weniger Leben als du ich habe 21 Leben ach schwul scheiße Zone kurz in die Zone gehen ich habe 2 mehr ich habe auch plus 2 körper nope wir müssen haben die die Sniper verändert? das sieht irgendwie anders aus gar nicht so drauf geachtet aber Alter der hat mich ja unnormal gerade getroffen der Typ das ist heftig das ist heftig ja äh oder der hat einfach nur die Challenge die er machen muss ja aber jetzt kann man ja eigentlich cross the map so snipen ne das ist heftig also wenn ihr gesehen müsst so crystal map da erstmal anhalten und schießen ne das ist die das ist die ja ja gegner w ich glaube trotzdem nix alter da ja ich hab gar nichts getroffen mit der bürst man hier in den bus ich hab ihn ich habe ja absolut gar kein gedrückt man äh chillt mir gefällt die lager grad hier überhaupt nicht ja ich könnte ein bisschen sturmgewehrmonie gebrauchen ja gebe ich dir gleich aber erst mal hoch auf das hier oder er weiß wie man spielt das in der mitte hoch bauen du dropp bei ich nix sehen gut so gegner ja ich glaube auf dem berg könnten auch welche sind er hat das für ruhig und das gefällt mir überhaupt äh, Südwesten Südwesten Boah, eine Schussknappe Ist einer Wir sind jetzt bei der Hütte da 110 Ben läuft da gerade hinten und ich hoffe, er stirbt Boah, wie viele vom Sturm getötet wurden Oha Ich will gewinnen doch einfach mal alle Ja Alter, was ich hab da oben geschaut Ich Ich nicht mehr Oh, die Slipen von der Border Direkt an der Border Ah, der pusht Bisschen Von andere Seite Wenn wir auch gepusht waren Ich hab doch gesagt, dass wir nicht gehen Der Teammate wird zu smoken Und dann hauen wir ab Der Teammate regelt Hat ja ein bisschen Sturm gewärmen Hat ja ein bisschen Sturm gewärmen Und jetzt Ich hab nur anderthalb Mal verziehen, ne? Jika, Awe war auch noch ein Gegner Danke Auf sie Auf sie Auf sie das sind voll die triads man, voll die busts du wurdest gefickt? hä wie? warte, wo bist du? in Köln aber nicht also, ok, ready push ich hab ein hits, zwei hits, ich wurd gesnipet, der typ hat an nice alter, ihr seid doch sooo scheiße grad ja, ich smoke mich hier oben zu, dann komm ich zurück wie viel der typ einfach hittet äh, ok äh, kriegst du mal rein lass zu zweit dein Leon eben heilen, geht schneller das geht glaube ich nicht schneller doch, sieht man musst du auf die zahlen achten das geht absolut nicht schneller klar doch hast du grad gesehen, wie die Zeit auf einmal runter war chillt mal alter, wir müssen jetzt erst mehr raus, ne hä, lol hä, lol über uns hier oben sind die Gegner ah ne, das ist der Team fuck alter einfach von überall da war immer ne Wand gebaut, ne RIP Teamate oh Gott, das sind alle Bappos im Snap ja, der Teamate ist down ja ja hey, small, die sind Gegner hier oben, man bei mir, ja ja nix ne einer dauert was soll das, die um wieviel gegner sind das ich sag noch kommt einer mir helfen ja der typ der faktisch so hat ab der abhängt in die gang und er kann mich hier nicht nur so bleibt hier wieder mal so viele stapler erst mal ich will in die skarges liegt Nein, manche. So, cool. Tod, du Scheiße. Ja. Herr, aber funktioniert das dann nicht auch mit der Mini-Görn? Herr, streut jetzt eigentlich das so krass, ne, ne? Geht's. Der geht raus, hab ein paar haben Zeit. Sie sehen mal gar keinen Stich, Alter. Hau mal das... Aller mal das Polizeiauto weg. Die müssen in die Zone kommen. Hörten wir Pony. Fuck, Alter. Boch, ein Slyper noch. Aber Autoslyper haste ich. Hä? Bö, neben euch. Die Deppner, Alter. Och, Juno, wo stellst du nicht hin, Alter? Ah, fuck, hier ist wieder auf. Bruh. Komm runter, ich hab alles in den, wo die nicht snipen können. Komm runter, ich hab Medikid. Oh. Achso, okay. Achso, ich hab Dinger. Juri, Alter. Wenn ihr zu pushen? Ah, da kommt einer. Da unten liegen Mini-Schilde. Das sind mehrere, das sind drei. Das sind die letzten, oder? Nein, noch ein. Äh... Da man hier unten... Baut, 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 baut! Baut, baut! Was denn diese Unterhunde? Die sind gegenüber von euch, Mann. Die sind gegenüber von euch, Mann. Die sind unter uns, dass der Einzelne da hinten, aber okay. Das ist nicht der Einzelne. Klar. Wir haben uns gerade drei Geholt. Tigo und wird gleich weggeholt. Ah, Junge, Alter, ihr seid so gefickt, Mann. Guck, hier gammelt einer zum Beispiel. Genockt, Bruder. Ja, bei Tigo. Bei mir. Matt! Der gab's, der hat gar nix. Er war mit Mini-Gun gefinisht. Ja. Ich muss gleich eine Pumpgun weglegen. Ja. Ihr müsst an der Situation, oder? Ja. Er ist nicht, oder? Ich muss mir die Sniper mitnehmen. So. Er ist auch nicht da drin, da auch nicht. Er hat so ein bisschen Sniper mitnehmen. Schau ein. So bist du. Danke. So, zwei Gegner, äh, drei Gegner. Ach, zu scheiße, die Kämpfe. Die Kämpfe, was wir kennen? Sniper, was wir kennen? Sniper, was wir kennen? Ah, fuck, Alter. Ah, schade, Alter. Ja, was du da hinten? Bei 285. Ja, baut euch die Deckung nicht dahinter, so scheiße. Aber wir müssen gleich weiter. Lass mal eben erst Border. Dann Basebauen, dann drop ich dir eben. Yeah, finish den ein, da. Junge war... Alles klar, er steht erstmal halbe Stunde rum und macht gar nix. Komm mal zu mir rein hier, eben kurz. Brut. 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 Er sagt, komm zu mir rein, Tico, und geht erstmal ohne Deckung auf die Gegner und schießt. Nice. Betrifft nix. Ich wollte hier drüherein und dropp das Medikit, ja, so. Bau dir doch Deckung, Junge. Mach doch nicht diesen. Habe ihn. Zwei Gegner. Wir müssen nochmal näher. Oder? Ja, ist er. Nice. Brut. 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 Brut.